Kann man überhaupt Geld verdienen mit TikTok? Falls ja, was muss man genau machen? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Und wie funktioniert das Ganze? Und bevor ich jetzt anfange zu erklären, wie geht das überhaupt, was muss man machen, zeige ich erst mal meine Einnahmen, weil wenn ich jetzt keine eigenen Einnahmen hätte, könnte ich das natürlich nicht auch zeigen oder erklären. Und um zu beweisen, dass das Ganze kein Fake ist, zeige ich dir jetzt mal meine Einnahmen von einem Tag. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert und wie du das Ganze nachmachen kannst. Ja, ich aktualisiere mal kurz, dass du siehst, dass es auch kein Fake ist. Und zwar heute habe ich bisher 400 Euro verdient und das Ganze ist netto. Wenn wir uns das Ganze mal brutto anschauen, ich aktualisiere wieder, sehen wir hier auch 530 Euro brutto und netto eben 400 Euro. Und ja. So, was benötigt man jetzt, um Geld mit TikTok zu verdienen? Viele Fragen habe ich hier mal aufgeführt, beziehungsweise die drei häufigsten. Braucht man viele Follower? Nein, man braucht nicht viele Follower. Auch ich habe nicht viele Follower und habe auch mit meinem Account, mit dem ich gestartet bin und das erste Mal Geld mit TikTok verdient habe, auf dem hatte ich kaum Follower. Das heißt gerade mal so 800 und habe damit schon Geld verdient. Kann man es als Anfänger machen? Ja, man kann es auch als Anfänger machen. Man benötigt nicht besonders viel Wissen über Social Media oder TikTok insgesamt. Und ja, die genaue Erklärung bekommst du allerdings auch noch. Muss man über 18 sein? Man muss, wenn man es komplett alleine machen will, über 18 sein. Ja, es geht aber theoretisch auch unter 18. Das heißt, man kann das Ganze auch über seine Eltern machen. Und dann kann man es auch unter 18 machen. Und bis man dann 18 ist, macht man es halt über seine Eltern. Wenn man dann 18 ist, macht man es halt alleine. So verdienst du nun Geld. Das Ganze ist hier extrem schnell und einfach erklärt und vereinfacht dargestellt. Und zwar, der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Die Zuschauer kommen auf den Shop bzw. die Webseite und dadurch verdienst du Geld. Wie funktioniert das Ganze? Ich werde das Ganze auch anhand einiger Praxisbeispiele erklären, allerdings jetzt erstmal in der Theorie. Die Zuschauer sehen ein Video. Das sollte im Idealfall ein virales Video sein. Wie man virale Videos erstellt, dazu kommen wir noch. Dadurch, dass die Zuschauer das Video sehen, gehen sie auf dein Profil. Und in deinem Profil hast du einen Link, einen sogenannten Partner bzw. Affiliate-Link, wie schon erwähnt. Und auf diesem Link folgt dann eine Webseite. Diese Webseite bietet dem Kunden die Möglichkeit, Sachen zu kaufen. Das heißt, wenn er über dich, über deinen Link auf die Webseite kommt und was kauft, dann verdienst du dadurch Geld. So, du hast jetzt gesehen, ich habe 400 Euro am Tag verdient mit TikTok und wie ich das Ganze geschafft habe. Ich habe eine komplette Strategie entwickelt, mit der es jeder schaffen kann, auch als Anfänger und auch mit wenig Followern Geld mit TikTok zu verdienen. Und ich denke mal, jeder, wenn er diese Strategie rausfinden würde, würde das nicht gratis weiter sagen. Das werde ich auch nicht machen, weil es würde keiner machen, diese Strategie einfach gratis rauszugeben. Weil was würde es mir bringen, das Leuten gratis einfach zu zeigen. Und zwar gibt es die komplette Anleitung für nur 67 Euro. Das Ganze ist ein extrem günstiger Preis, weil man die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt, die man einfach nachmachen muss. Und dadurch verdient man bis zu 400 Euro pro Tag. Das heißt, wenn du hier einmal die 67 Euro ausgibst und anstatt diese 67 Euro mal für das nächste T-Shirt auszugeben, was dir sowieso nichts bringt oder was du sowieso ein, zweimal anziehst und dann bringt es nichts mehr oder das nächste Kleidungsstück oder irgendeine unnötige Ausgabe, investiere hier einmal diese 67 Euro, verdiene dann dein Geld mit TikTok und das bringt dir viel, viel mehr. Also, Link in der Beschreibung zum Kurs, hol dir den und verdiene Geld mit TikTok. Viel Spaß dabei!